Ja, liebe Fans, ich habe beschlossen aufgrund von Langeweile, dass ich bald wieder auf Tournee gehen werde. Wann ist noch nicht ganz klar? Aber eins kann ich euch sagen, hier am Amazonas wird es langsam langweilig. Es ist unheimlich schwül hier und die Hitze macht mich wirklich fertig. Da, Hunde gebellt. Ich bin nicht allein. Hector! Ich weiß gar nicht, wie der Hund heißt. Kenn ich ja gar nicht. Fremder Hund. Hier gibt es Anacondas. Das sind Schlangen, die wickeln sich um den Menschen und dann ist mein Tod. Sicherlich einer der schönsten Töte. So, ich muss aber aufpassen, jetzt wird langsam Abend und ich muss Abendbrot nehmen. Hier im Hotel. Hotel Bast. Tschüss!